Herzlich Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play A Black Tale Requiem. Und wir sind jetzt auf dem Weg. Alter, alt gedrückt und ziele auf einen Gegner und drücke dann E, um Arnaud mit ihm kämpfen zu lassen. Krass. Alter, wir haben jetzt tausend Möglichkeiten, wie wir die ausschalten, aber ich will natürlich an ihn vorbeischleichen. Ich meine, wir haben ja auch noch, haben wir noch die Ratten? Wir kommen auch so hier durch, Freunde. Es sind schon viel zu viele gestorben. Ganz genau, kein Schmuggler ist hier. Natürlich, sie macht ihnen schon seit Jahren die Hülle heiß. Weil sie Feuer spuckt. Ja. So, ich mach mal hier alles nach. Nicht genug Material. Da war was. Das muss ich kontrollieren. Upsi. Oh, es hat funktioniert. Schnell, 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 schnell. Da sind schon die Nächsten. Ich gucke mal schnell, da unten wäre noch eine Kiste gewesen. Aber. Was soll's, Freunde. Nein, ich werde Arno nicht schicken. Wir können auch vorbeischleichen. Der Kampflärm lockt Gegner in der Nähe an. Wenn die Gegner zu lange in der Überzahl sind, werden sie Arno irgendwann töten. Ja, nur wie kommen wir jetzt hier vorbei? Scheiße, sobald ich mich hinstelle. Ähm. Ja, aber wie soll ich die wegkriegen? Da kommt man nicht lang, oder? Ich komme ja auch nicht runter, Mann. Nicht wirklich. Wir sind gute Partner, aber keine guten Freunde. Und was heißt das? Wir arbeiten gut zusammen, aber irgendwann gehen wir uns an die Kehle. Wie schockierend. Hä? Da kommen wir auch nicht mehr zurück. Nee, dann müssen wir die angreifen. Dann erledige ich vielleicht den einen mit dem Stein und Arno macht den anderen. Ich habe jetzt hier keinen anderen Ausweg gesehen, Freunde. Es tut mir leid. Aber da wären wir tatsächlich durchgekommen. Och Mann, aber ich komme jetzt hier nicht runter. Okay, okay, er geht. Er geht. Das heißt, wir können vorbeischleichen. Hauptsache, er geht weiter. Geh weiter. Ganz genau. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh nein, nicht genau da hin, Mann. Da sind Ratten. Krass. Okay, wo jetzt weiter? Ich glaube, da braucht man nicht mehr zurückgehen. Scheiße, kommt er hier durch? Oh mein Gott, Arno. Oh mein Gott. Ja, das... Nicht bewegen, Arno. Nicht bewegen. Komm, geh zurück. Geh zurück. Genau. Krass, wie auch der Regen. Die kleinen Pfützen immer unten. Wie der Regen aufsteht, das ist einfach so geil. Ich könnte hier lang gehen. Ich kann aber auch durch die Höhle hier gehen. Und das ist dann wahrscheinlich der Weg, wo ich mich dann wieder dafür entscheiden muss, eine Wache umzubringen. Okay, wir müssen noch mal warten. Es tut mir leid, Freunde. Mal kurz kicken, was wir hier so haben. Da sind auf jeden Fall Häuser. So, er geht wieder zurück. Er ist auch umgedreht. Er geht auch zurück. Perfekt. Jetzt schnell. Siehst du, jetzt müssen wir die... Jetzt stehen die hier und bewegen sich nicht, ne? Doch, einer bewegt sich. Einer bewegt sich. Okay, okay. Ich hab nix gesagt. Nein. Nein. Nein, geh zu dem Geräusch. Ich versteh das immer nicht. Ich schieße da hin und die kommen zu mir. Weil die mich sehen halt. Was war das? Hier schleicht jemand rum. Sag Bescheid, wenn ihr was seht. Ich sehe niemanden. Aber er kommt jetzt natürlich hierher. Ich darf. Ich sehe sie. Ey, entschuldige bitte. Was ist denn das? Ja. Ich mach krass. Scheiße. Kann ich den vielleicht hier irgendwie loswerden? Da hinten seid ihr? Das war's, ihr Bastard. Sie haben uns. Gar nicht will an die Kiste. Jetzt kommt der andere noch dazu. Natürlich. Jetzt mach auf hier. Schnell. Hier drüben. Haltet sie auf. Sie haben uns gesehen. Der andere kommt nicht mehr. Okay, machen wir nochmal ne Runde, würde ich sagen. Schnell. Schnappt euch die Eindringlinge. Jetzt kommt... Alter, das ist doch nicht wahr. Wir haben uns. Wir haben Gesellschaft. Schnell. Schnappt euch die Eindringlinge. Sie verpackt sie. Ich brauche Hilfe. Wir kommen. Das ist richtig beschissen. Hier drüben. Haltet sie auf. Oh oh. Jetzt ist Arno da alleine. Jetzt kommt der... Nee. Nee. Sorry. Das ist aber auch bescheuert. Ey. Ich lenke den zweimal ab und der kommt trotzdem zu mir. Bin ich denn jetzt hier? Hier. Quinkt nur, wenn euch das glücklich macht. Komm. Mal auf. Das ist so dumm. Dass sie sich aber auch einfach hinstellt immer. Er kommt wieder her. Nein. Nein, da. Sorry. Als Spiel schuld. Nicht ich. Oh mein Gott. Come on. Achso. Wegen. Achso. Wegen der Leiche. Okay. Okay. Der ist tot. Nein, tust du nicht. Alter, was ist er denn? Ach du Scheiße. Was hat der denn da? Was hat der denn da? Habt sie. Ich brauche Hilfe. Was jetzt für mich hier? Oh. Oh mein Gott. Nur du. Anu greift die auch einfach an, ne? Ich kann das... Ne, okay. Wir müssen... Ich mach's anders. Ich geh nicht da lang. Ich mach's anders. Ich versuch's doch hier lang irgendwie. Die stehen halt auch da. Wie soll ich denn hier immer vorbeikommen? Ich muss die doch alle umbringen. Oh, dann machen wir's halt irgendwie so. Und was macht der jetzt? Nein, 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 nein. Ermordet. Plagegeister. Drecks Plagegeister. Bis auf die Knochen. Hier drüben. Wir haben Besuch. Wir haben uns gesehen. Oh. Die waren eben noch hier. Ich spür's. Arno, Mann. Nicht angreifen. What the fuck? Arno steht einfach genau vor ihm. Alter, es gibt hier tausend Wege einfach. Tausend Wege. Ich geh jetzt hier lang. Boah, den Top nehm ich mit. Oh, es hat gespeichert, Freunde. Und den Bolzen. Ganz schön viele Männer für ein Paar Schmuggler. Der Graf ist ein Mann von Reichtumgesetz. Ein Gottverdammtes Arschloch. Aber er hat sich irgendwo verkrochen. Der Feigling. Du kannst ihn wohl nicht leiden. Wir hassen einander. Hm. Okay, da stehen Kollegen. Dann versuch ich jetzt nochmal hier lang. Hier kommen wir dann rein, wo der Typ mit der Feuerkugel steht wahrscheinlich. Wie krieg ich den denn weggelockt? Aber es hat ja zum Glück gespeichert. Ja, top. Was ist der da am Rücken? Okay, der andere kommt. Wenn der sich jetzt umdreht, wenn ich den Top werfe. Wenn der sich dann zu mir umdreht, ne? Jetzt gucken die sich hier an, oder was? Okay, wenn er da hinter der Mauer verschwunden ist, dann muss ich den Top irgendwie hier am besten hinwerfen, ne? Wie da? War halt nicht sehr weit. Okay, schnell, 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 schnell. Ich komm da nicht durch. Ein Traum. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Speicherpunkt. Oh, Junge, Junge, Junge. Komm, dreh dich nicht um. Danke. Jetzt sind wir doch ganz gut durchgekommen. So viele sind nicht gestorben bis jetzt. Na los. Bleibt der jetzt da stehen, oder wat? Komm wieder zurück. Alter, ist das der von drin. Der geht da jetzt nicht mehr weg. Oh. Mieses Spiel. Wie komm ich jetzt vorbei an den? Kann ich mir die Suche sparen? Hier sind ein paar Stürmen, Friede. Augen auf! Hier schleicht jemand rum. Sucht überall! Was? Aber die... Die gehen jetzt nicht durchs Gras, oder? Ach, das wäre jetzt so schön, wenn er da nicht wäre. Wir sind ein paar Stürmen, Friede. Augen auf! Oh, jetzt steht der Typ da noch. Ich könnte einfach durchrennen. Soll ich einfach durch... Nein. Nein. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Ich hoffe, ich muss hier lang. Muss ich hier lang? Oh, oh. Oh. Wo? Was? Ich muss doch... Muss ich nicht hier lang? Wo muss ich denn hin? Jetzt stehen die hier alle. Geil. Arnaud legt sich natürlich mit denen... Wo... Ey. Wo... Wo hätte ich hingemusst? Och, Spiel. Was soll denn das? Wo hätte ich denn jetzt hingemusst? Hallo? Geht's um das Boot hier, oder was? Nee. Ich guck nur mal schnell. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wo muss ich denn hin? Oh, und dass die hier auch nicht rum können, mein Gott. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir hin müssen. Ich verstehe es gerade nicht. Die kommen doch hier lang? Ja, ist mir doch egal jetzt. Ich will wissen, wo ich hin muss. Ich weiß es auch nicht irgendwo. Ich komme von da. Ich komme da runter. Dann muss... Ja. Ich verstehe es gerade nicht, Freunde. Wo muss ich denn hin? Ich komme. Ich muss noch mal kurz hier lang rennen. Hier muss ich durch. Okay. Warum ruckelt denn das jetzt so? Er schruckelt. Okay. Wir müssen da... Verstehe. Okay. Das heißt, wir müssten wirklich warten. Bis sie vorbei sind und dann eigentlich dahin rennen. Wir könnten eigentlich auch jetzt dahin rennen. Oder? Schaffen wir das nicht? Jetzt kommt er hier. Augen auf, Männer! Okay. Hier sind ein paar Sterben, Friede. Augen auf. Wir haben Gesellschafter. Wir finden sie. Sucht alles ab. So, der kommt jetzt hierher. Okay. 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 Jetzt doch nicht, oder was? Jetzt steht er da im Weg. Och, Mann. Er geht jetzt auch durchs Gras, oder was? Okay, scheiß drauf. Einfach durchrennen. Jetzt einfach durchrennen. Irgendwie wird's Arno schon schaffen. Nein! Och, nö! Oh, ist das ein ganz mieser Punkt jetzt, ne? Das ist ein ganz mieser Punkt. Was mache ich jetzt? Ich will die nicht alle umbringen müssen. Aber er sieht mich ja direkt. Ich kann ja auch nicht... Ich kann halt höchstens... Ich kann höchstens versuchen, hier ums Boot rum, wenn er da jetzt lang geht. Aber die gehen ja überall lang. Die sehen mich ja überall. Jetzt kommen die hier lang. Arno, weg! Nee. Die kommen halt genau hierher. Genau hierher. Jedes Mal. Nicht angreifen, Arno. Nicht angreifen! Scheiße. Alter! Er geht jetzt wieder zurück. Och, Mann. Komm, geh auch nochmal. Geh auch nochmal gucken. Ja! Ja! Scheiße, jetzt gucken die in meine Richtung. Komm, Arno. Komm mit! Komm mit! Alter, ist das Spiel jetzt am Leggen. Ey, liebes Spiel. Liebes Spiel. Was soll ich tun? Soll ich jetzt hier alle umbringen? Jetzt. Hä? Die kommen halt genau hierher. Keiner geht da hinten lang. Ja, genau. Alle zu mir. So ein Zufall. Alle in diese Richtung. Was ist es? Soll ich hier einfach bis zum St. Nimmerleins-Tag stehen bleiben? Und warten? Und warten? Was? Was? Alle! Guck dir das an! Alle stehen sie hier! Alle! Ja! Komm, lauf! Einfl-Alle! Warum geht nicht einer da hinten? Mal gucken. Ja, alle am gleichen Fleck suchen. Auf jeden Fall. Und wie die sich auch schön abwechseln. Ist nicht so, dass mal einer in... Dass mal alle in die gleiche Richtung gucken. Lieber Arno, komm jetzt bitte her! Hallo? Geh da durch! Wie lange bin ich jetzt hier an der Stelle? Wie soll ich da... Wie? Wie soll ich da ungesehen hinkommen? Wenn ich jetzt einen umbringe... Ich hab ja auch keine Ratten hier. Hier sind keine Ratten. Ich... Ganz mieser Punkt. Komm, alle, alle, alle! Weiter, 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 weiter! Geht, 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 geht's! Du, schneller! Wie die das auch sofort merken, nur weil ich mich hinstelle! Wie ist das? Auf jeden! Neue Bewusstseinsfertigkeit, Gewandtheit. Der Regen wird schlimmer. Das ist nur ein Sturm. Hoffentlich lässt er nach, bis wir beim Boot sind. Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Und es geht weiter, oder was? Was bedeutet Pech? Ist nur ein Boot. Es heißt Naraskas. Der Fisch bedeutet Pech. Für dich bedeutet alles Pech. Los, patrouillier weiter und pass auf deinen Arsch auf. Wir sind gleich da. Raskas. Lustig, ein Hammer. Gehen wir weiter. Ist hier irgendwo Loot? Der sieht mich, ne? Kann ich den vielleicht nach da locken? Ich hatte noch einen Topf. Das müsste der doch hören, oder? Nein, er hört es natürlich nicht. Erledige ihn, Arno. Ging leider nicht anders, Freunde. So. Okay, er geht hier rein. Ich kann da irgendwie, warum auch immer, die Ratten hinlocken. Na los. Ein Abgang. Mann, da haben wir wieder viel Zeit verplempert am Strand. Nichts. Komm, da ist nix. Da ist nix. Dreh dich um. Komm schon. Okay, da wäre noch ein bisschen Loot, aber drauf geschissen. Die haben die Ratten hier abgelenkt. Vorsicht beim Fallen. Ich werde los. Vorsicht beim Fallen. Was ist mit ihm da? Er steckt fest, oder was? Geil. Hier sind noch mehr Ratten. Kann ich die da weglockern? Nein. Nein. Voll kratten. Gehört ganz dir, Arno. Und Scheiße Scheiße, wir hätten die Laterne ausmachen müssen Ja Das ist aber auch Oh Oh Na gut, so Nix Okay Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns hier nächste Stelle Äh, nächste Stelle, nächste Folge wieder Die Zeit ist nämlich rum Und da schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen Ich bedanke mich fürs Zuschauen Wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder Macht's gut, bis dahin, ciao